Die Vienna Fair ist die Messe und die große Ausstellung in Wien für zeitgenössische österreichische Kunst, junge Kunst, etablierte Kunst, genauso wie internationale Kunst und osteuropäische Kunst. Vienna Fair verbindet ganz viele Länder. Man kann hier Kuratoren, Museumsleute, Besucher aus allen Herren Ländern treffen. Hier trifft sich die ganze Welt der zeitgenössischen Kunst. Und außerdem kann man die Kunst auch kaufen. Alles fängt an ab 200 Euro bis sogar 1,6 Millionen Euro. Das ist das teuerste Werk der Messe. Mir gefällt am besten, dass die Vielfalt der modernen Kunst hier dargestellt wird.